ARD Text im Auftrag von Funk Ist da noch was? Nein! Ich habe gar keine roten mehr... Verdammt! Wahrscheinlich brauche ich gleich noch welche. Und dann muss ich erst mal wieder zurück und eine neue holen. Das ist einfach eine... Alles klar, einfach eine Abkürzung. Der steht nämlich ziemlich sicherlich im Feuer. Und dafür brauche ich dann meine roten. Ha! Wer hätte es gedacht? Verdammt! Ach, wieso habe ich auch die roten gerade vorgeschickt? Hm? Da kommt was raus? Habt ihr es richtig gehört? Könnt ihr jetzt nicht drauf gehen? Dann muss ich nochmal schnell zum Schafsfeld. Danke! Danke! Gut, fünf Pferden reichen. Ja, dann können wir unsere Ausrüstung zum ersten Mal verbessern. Zum Beispiel verraten! Zum ersten Mal! Ähm... Hm... Hm... Hättet ihr euch ja denken können, dass das jetzt, wenn man so früh schon einen Ofen kriegt, dass es noch andere Öfen gibt. Oh, da habe ich nicht so viele. Zum reinschicken. Ähm... Warum? Jetzt saugen die das so auf. Dann sieht sie aus. Oh, ein Objekt! Ich mag Objekte! So wie die das halten, ist das nicht gerade sicher. Ähm... Zwölf! Ist klar! Los Jungs! Vorsichtig! Ja, das ist glaube ich jetzt der... der Stahlofen. Lauft ihr weiter? Oder muss ich vorlaufen? Ah... Halblinge! Schließ die Tore! Das ging aber fix! Stoppt der Feiglinge! Schnell! Sucht einen anderen Weg! Dann überlegen wir uns, was wir mit diesen nutzlosen Gestalten tun! So, weitertragen! Gehen wir da oben rum. Ach und auf einmal ist das Tor wieder zu. Boah! 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 Der Dritt musste dann noch sein. Ja, die Roten sind halt körperlich sehr schwach. Ihr seht, die gehen drauf nach einem Schlag. Deswegen musste man das eigentlich ein bisschen taktisch einsetzen und nicht alle vorschicken, sondern man schickt die. Ah, das dauert so lang. Man schickt die braunen vor und dann die roten hinten dran. Falsche Richtung. So, weitertragen. Wunderbar. Häupling-Patrolling, ich dachte, ich hätte alle vernichtet, aber anscheinend gibt es noch ein paar olle kleine Häuplinge, die da meinen Widerstand zu leisten. Oh, das sind auch noch. Lass mich durch. Kein Problem für den großen, bösen Overlord. So. Weiter geht's. Das so haben wir nicht so gemacht. So, da sind wir dann auch schon am Teleportationspunkt. Ja und der ist der Termin dabei noch. Da gibt's nochmal was zu beschwören und da vorne auch. Das ist aber bis jetzt nicht verfügbar. Kommt noch. Tadadah. Tadadadah. und sehr schön jawohl dann gehen wir noch schnell den Turm und machen das noch bevor es dann für diese Aufnahmesession mal wieder erreichen soll dann will ich eine schöne Stahlorrüstung da geht es dann wohl dahin hier wurden Waffen geschaffen, die Trollkönige vernichten können und Rüstungen, die sogar den Atem eines Drachens abhalten ich weiß noch nicht warum, aber ich bin Schmiedemaster aufgeheizt Herr folg Gunther in die Schmiedekammer hier könnt ihr neue Objekte schmieden und weiterentwickeln hier könnt ihr neue Objekte schmieden und weiterentwickeln hier wählt ihr den Materialtyp aus Herr der hängt von den Schmelzöfen ab, über die ihr in eurer Schmiede verfügt gut, dann würde ich mal gleich sagen wir gucken uns grad nochmal ihr könnt drei Arten von Objekten schmieden Waffen, Helme und Rüstungen hier könnt ihr neue Objekte schmieden und alte weiterentwickeln hier könnt ihr neue Objekte schmieden und alte weiterentwickeln ihr könnt Objekte mit dem Leben eurer Schergen tränken je mehr ihr opfert, desto mächtiger wird das Objekt da gab es nen Trick die maximale Anzahl an opferbaren Schergen werden durch das Objekt und das Material bestimmt aber übertreibt es nicht Herr vergesst nicht, dass die Schergen eure tödlichste Waffe sind brecht also nie ohne sie auf da gibt es einen geheimen Trick ich würde das einen Cheat nennen ich nenne es jetzt nicht so und eigentlich spiele ich auch ohne das ist eigentlich blöd aber ich bin jetzt ganz böse und deswegen ich weiß nicht ob er überhaupt noch geht versuche ich den einfach mal da euer Objekt kann jetzt geschmiedet werden Herr so kurz mal seht so und wenn man jetzt weiß ich ob das funktioniert große Schurmelei als böser böser Overlord ja komm und ist das die neue Rüstung Anführer der Feurigen keine Ahnung hier funktioniert hat aber so spart man sich auf jeden Fall die ganzen Minions die Schmiede ach sorry so hier könnt ihr neue Objekte schmieden und halt weiterentwickeln nein ich habe noch genau gleich viel Gold dann haben die das gefixt über die ihr in eurer Schmiede verfügt auch okay ihr könnt Objekte mit dem Leben eurer Schergen tränken je mehr ihr opfert desto mächtiger wird das Objekt dann machen wir mal da die maximale Anzahl an opferbaren Schergen während durch das Objekt und das Material 130 aber übertreibt es nicht Herr und 15 ja euer Objekt kann jetzt geschmiedet werden Herr wohl ich will ja noch ne warte ich will ja noch mehr mehr schmieden je mehr ihr opfert desto mächtiger wird das von mir ja so früher ganz interessiert dann konnte man wenn die reingegangen sind hat man es einfach abgebrochen hat es dann bekommen und die Schergen sind trotzdem nicht draufgegangen oh je ja ist jetzt was geändert hatte ich die vielleicht dann doch schon es hat mir nicht mehr Geld abgezogen ne es ist wäre blöd gelaufen was kann ich das noch ah ok in dem ich mich noch mehr Leute reinschicke ne aber ich will schmieden ich will ein machen wir uns einfach mal ein das machen das versuch uns noch mal und der erste springt rein versuch gemeiner böser Oberloch darf ich das ich sag gar nicht es geht auch ohne aber wir sind ja böse dann müssen wir uns auch nicht in die Regeln halten das funktioniert nicht nein wunderbar gut zu wissen ja runter gehts ja ich weiß dass sie hier schaffen ja hier könnt ihr neue objekte schmieden und alt weiter entwickeln ihr könnt drei achten von objekten schmieden waffen helme ich bin total verwirrt hier könnt ihr neue objekte schmieden und alte weiter entwickeln hier wählt ihr den materialtyp aus das speichert er nicht über die ihr in eurer schmiede verfügt ihr könnt objekte mit den bläden eurer schergen tränken hat das noch mal vielleicht mehr kaputt kraft ja ich weiß es danke die kosten und die maximale anzahl an opferbaren schergen werden durch das objekt und das material bestimmt euer objekt kann jetzt geschmiedet werden her ja muss ich das mal angucken das war witzig wenn die alle da reinspringen das will ich es nicht sehen gut dann haben wir das geklärt dann müssen wir ja doch ehrlich spielen das ist ja eine schweinerei ich hab jetzt gedacht wenn es schon sowas gibt dann kann man als böser Oberleut auch so spielen naja dann machen wir uns jetzt noch grad die tolle tolle Rüstung Stahlrüstung Stahlhelm maximale Hortengrö... oh das ist natürlich ziemlich gut ich vergiss ja egal was man opfert gut davon habe ich nicht so viele da kriege ich noch nicht so schnell welche da habe ich total viele dann machen wir mal boah das ist siebzig und mal siebzig da habe ich nicht geguckt was der Helm jetzt kostet ja joh so hab ich den jetzt? hat sich denn was geändert? ich sehe das gar nicht äh das habe ich noch 501 und dann habe ich keine Kohle mehr alles klar dann bleibt es erstmal bei der Rüstung dies ist eure Waffenkammer Herr ihr könnt ihr Rüstungen und Waffen aufbewahren wieso habe ich zwei ach der hat schon die Stahlrüstung an und jetzt habe ich einfach nur eine verbesserte Stahlrüstung gemacht das ist ja unnötig äh warte mal kurz nein ich habe gedacht da gibt es irgendwas dann kann ich die einfach nur ver- oh je ja dann will ich die einfach nur verbessern die ich jetzt habe ähm das ist ja total beschissen dann vergeude ich so viel Geld und deswegen ändert sich auch gar nichts zweiter Versuch dritter Versuch hm hm ja jetzt gucken wir ja nur eine wunderbar dann habe ich das Geld nämlich noch dann muss ich nämlich jetzt auch gar nicht die ganzen Minions da rein schicken zum ähm ja dann will ich noch ein bisschen was weiterentwickeln kein ein machen wir mal 100 je mehr ihr opfert desto mächtiger wird das Objekt und da 10 und die maximale Anzahl an opferbaren Schergen werden durch das Objekt und das Material bestellt das bringt nämlich immer viel wenn man dafür mehr hat ja das habe ich jetzt schon 10 Mal gehört und ich will euch nicht schon wieder gucken nein nein oh wie kann ich mir das Geld nämlich für andere Dinge sparen sehr schön dies ist eure Waffenkammer Herr danke prustig plus null ach alles klar ähm dann gehen wir gerade noch mal eins hoch dann würde ich sagen das war dann auch mal diese Aufnahmesession dass es am Schluss hat tut mir ein bisschen leid ein bisschen ein bisschen durcheinander ich werde jetzt noch ich werde jetzt noch etwas ähm ein bisschen Minions farmen um noch mein Helm ein bisschen zu verbessern das seht ihr einfach am nächsten Mal das müsst ihr jetzt nicht zugucken gehen nichts Neues und dann würde ich sagen sehen wir uns am nächsten Mal wenn es dann gegen diesen Dämonenfestung geht bis dann kleiner Lacher Jungs Nachtrag und Mädels wenn jemand guckt ich wollte eigentlich schnell die Sachen ein paar Halt doch seid doch mal still ich wollte eigentlich schnell nur ein paar ähm Schafe farmen aber dann ging es mit der Story etwas weiter das habe ich dann abgebrochen und will es euch noch kurz präsentieren präsentieren dunkler Herr in der Hoffnung dass ihr Mitleid mit uns habt bieten wir euch unsere schönste Jungfrau an ich bin keine Jungfrau warum nennen sie mich wohl Heuhaufen Hanna sie weiß nicht was sie sagt euer herrlicher Anblick verwirrt sie wir könnten im Turm ein paar Diener gebrauchen sie könnten ein wenig putzen die Brutgrube ist ziemlich dreckig die Brutgrube wegen der Worte post exitgeräusche ins Industrial Ich komme nicht mit euch, Schafmörder. Ich komme nicht mit euch, Schafmörder. Wenn ich jetzt merke, dass immer mehr Diener dann irgendwie doch geholt werden, dann werde ich das vielleicht nochmal zeigen. Ansonsten danke, dass ihr auch noch den Nachtrag mit angesehen habt. Bis demnächst!